Musik Der Fussball-Zestag Mit Manuela Gouyer Liebe Hörerinnen und Hörer Ich begrüsse euch zur Sendung Schön, dass ihr eingeschaltet habt Wir legen los mit dem Schweizer Fussball Das Ergebnis vom 6. Spieltag der Super League Lausanne gegen FC Fatouz 3 zu 0 In der 58. Minute hat der Weiser eine gelb-rote Karte gekassiert und Fatouz hat nur noch das 10. hoch gespielt FC Luzern gegen FC Sion 2 zu 0 Servet gegen FC Zürich 2 zu 1 Das Ergebnis vom 10. Spieltag der Fussball-Super League FC St. Gallen gegen FC Fatouz Das Spiel ist abgesagt worden FC Basel gegen Servet 1 zu 0 FC Sion gegen FC Lugano Das Spiel ist abgesagt worden FC Zürich gegen FC Lausanne 4 zu 0 FC Luzern gegen IB 2 zu 3 An diesem Spieltag hat es zwei Heimsiege und ein Auswertsiege gegeben Zur Tabelle Platz 1 IB mit einem Spiel weniger und 21 Punkte Platz 2 FC Lugano mit zwei Spiele weniger und 16 Punkte Platz 3 FC Zürich mit einem Spiel weniger und 14 Punkte Platz 4 FC Basel mit einem Spiel weniger und 13 Punkte Platz 5 FC St. Gallen mit zwei Spiele weniger und 12 Punkte Platz 6 FC Lausanne mit 12 Punkte Platz 7 FC Luzern mit 9 Punkte Platz 8 Servet mit einem Spiel weniger und 8 Punkte Platz 9 FC Sion mit zwei Spiele weniger und 7 Punkte Platz 10 FC Fadouz mit zwei Spiele weniger und 6 Punkte Zu den Nachrichten aus dem Schweizer Fussball Quarantäne wurde verlängert Die St. Galler Kantonsärzte hat die Quarantäne von der St. Galler Mannschaft Verlängert Die Mannschaft hat bis und mit dem Samstag in der Quarantäne Musse bleiben Aus diesem Grund hat man auch die Spiele gegen FC Fadouz abgesagt Nachholspiele am Mittwoch Seit dem 25. November werden am Mittwoch regelmässige Superleigespiele nachgeholt Am vergangenen Mittwoch hat es gerade drei Partien gegeben Und am kommenden Mittwoch wird es wieder Spiele geben, die nachgeholt werden Die konnten am eigentlichen Spieltag nicht ausgetragen werden Zum deutschen Fussball Der Ergebnis vom 10. Spieltag der Fussball-Bundesliga Hertha BSC Berlin gegen Union Berlin 3 zu 1 SC Friburg gegen Borussia Mönchengladbach 2 zu 2 Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund 1 zu 1 1. FC Köln gegen Wolfsburg 2 zu 2 Arminia Bielefeld gegen Mainz 05 2 zu 1 FC Bayern München gegen RB Leipzig 3 zu 3 Werde Bremen gegen VfB Stuttgart 1 zu 2 FC Schalke 04 gegen Bayern 04 Leverkusen 0 zu 3 Hoffenheim gegen FC Augsburg Das Spiel hat beim Reduktionsschluss noch nicht stattgefunden An diesem Spieltag hat es zwei Heimsiege, zwei Auswärtssiege und vier Unentschieden gegeben Zur Tabelle Platz 1 FC Bayern München mit 23 Punkte Platz 2 Bayer Leverkusen mit 22 Punkte Platz 3 RB Leipzig mit 21 Punkte Platz 4 Borussia Dortmund mit 19 Punkte Platz 5 Wolfsburg mit 18 Punkte Platz 6 Union Berlin mit 16 Punkte Platz 7 Borussia Mönchengladbach mit 16 Punkte Platz 8 Stuttgart mit 14 Punkte Platz 9 Eintracht Frankfurt mit 13 Punkte Platz 10 FC Augsburg mit 12 Punkte Platz 11 Hertha BSC Berlin mit 11 Punkte Platz 12 Werder Bremen mit 11 Punkte Platz 13 Hoffenheim mit 9 Punkte Platz 14 SC Freiburg mit 8 Punkte Platz 15 Erste FC Köln mit 7 Punkte Platz 16 Arminia Bielefeld mit 7 Punkte Platz 17 Mainz 05 mit 5 Punkte Platz 18 Schalke 04 mit 3 Punkte Nachrichten aus dem deutschen Fussball Wir haben mit Bielefeld abgemacht, dass wir die Spiele ohne Ball austragen Die nicht ganz ernst gemeinte Aussage von Jan Moritz Lichten hat der Trainer von Mainz 05 bei der Pressekonferenz vor einem Spiel gegen Arminia Bielefeld Er wurde bei der Pressekonferenz nämlich von einem Journalisten gefragt, ob der Ball eigentlich nachher komme, auf die Tribüne oder woher, da der Lichten ja eigentlich nicht grossen Wert auf Ballbesitz Fussball legt. Daraufhin hat der Lichten gesagt, wir haben mit Bielefeld abgemacht, dass wir die Partei ohne Ball austragen Die Aussage ist, wie gesagt, nicht ganz ernst zu nehmen Doch der Lichten hat doch gemeint, dass er sehr wohl den Ball will haben Er interessiere sich nur nicht besonders für Zahlen in Bezug auf den Ballbesitz Internationaler Fussball Das Ergebnis der 5. Runde der Champions League Gruppenphase Lokomotive Moskau gegen Red Bull Salzburg 1 zu 3 Atletico Madrid gegen FC Bayern München 1 zu 1 Donetsk gegen Real Madrid 2 zu 0 Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand 2 zu 3 Marseille gegen Olympiacos 2 zu 1 FC Porto gegen Manchester City 0 zu 0 Liverpool gegen Ajax 1 zu 0 Atalanta gegen Midrialand 1 zu 1 Krasnodar gegen Renéz 1 zu 0 Sevilla gegen Chelsea 0 zu 4 Borussia Dortmund gegen Lazio Rom 1 zu 1 FC Brugge gegen Zenit St. Petersburg 3 zu 0 Juve gegen Dynamo Kiew 3 zu 0 Ferenczuaros gegen Barcelona 0 zu 3 Meniou gegen PSG 1 zu 3 In der 70. Minute hat er Fred eine gelb-rote Karte gekassiert Und Meniou hat nur noch 10. hoch gespielt Istanbul BB gegen RB Leipzig 3 zu 4 Der Ergebnis der 5. Runde der Europa League mit deutscher und schweizer Beteiligung Roma gegen IB 3 zu 2 In der 82. Minute hat die Kamera eine rote Karte gekassiert Und IB hat nur noch 10. hoch gespielt OEC Nizza gegen Bayer 04 Leverkusen 2 zu 3 Rote Stern Belgrad gegen Hoffenheim 0 zu 0 Nachrichten aus den internationalen Ligenen Der Coutinho hat sich in die Stammelf der Barsa-Mannschaft gespielt Am 29. November hat Sport1 einen Bericht über Philippe Coutinho veröffentlicht Der hat ja ein Jahr lang für Bayern gespielt und hat sich inzwischen bei Barcelona als Stammspieler durchgesetzt Beim FC Bayern hat Coutinho unter der Leitung von Hansi Flick keine grosse Rolle mehr gespielt Aus diesem Grund hat der FC Bayern München die Kaufklausel auch nicht gezogen Doch jetzt scheint es so, dass es dem Coutinho beim FC Barcelona doch besser läuft Und trotzdem ist kurz mal Thema gewesen, ob es nicht einen Wechsel nach Juve gibt Nach einem Bericht von Sport1 hat der Berater von Coutinho aber gesagt dass Coutinho auf jeden Fall im Winter nicht nach Juve wechseln wird Der Tod von Diego Maradona wird überprüft Am 31. November hat Sport1 berichtet, dass die Staatsanwaltschaft die Todesumstände von Diego Maradona überprüfen Sie wollen wissen, ob der ehemalige Leibarzt von Maradona Seine Sorgfaltspflicht ist gerecht worden Laut dem Bericht auf Sport1 gibt es eine Aussage von den beiden Töchtern von Maradona die sich fragen, ob die Medikamente, die der Arzt dem Maradona verschrieben hat angemessen seien sie Zum Spieler der Woche Der Spieler der Woche heisst Marcos Pizeli Der Marcos Pizeli ist am 3. Oktober 1984 in Piracigaba in Brasilien auf die Welt gekommen Er war Mittelfeldspieler Von 2006 bis 2008 hat er für den FC Arata Yarevan gespielt Für diesen Klub hat er auch die meisten Spiele absolviert und hat auch die meisten Goals geschossen in seiner Karriere Insgesamt ist er 315 Mal auf dem Platz gestanden und hat 131 Goals geschossen Von 2008 bis 2019 hat er für die armenische Nationalmannschaft gespielt Für diese ist er 76 Mal auf dem Platz gestanden und hat 11 Goals geschossen 2020 hat er seine Karriere als Spieler beendet Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, geschätzte Fans Damit sind wir am Ende der Sendung Schaltet euch das nächste Mal wieder ein, was heisst der Fussball-Ziastag Die Sendung hier wird alle 2 Stunden wiederholt bis um Mitternacht Und wenn ihr die Sendung hier verpasst habt, kein Problem Geht auf YouTube, auf WSCR Radiovision Dort könnt ihr die Sendung nachhören Bleibt am Bauch, tschüss miteinander Dr. Michael fellows R-I-A-ha Dr. E-Ben R-I- переп- Dr. Michael Dr. Matthew